Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Broken Age und ja, hier ist alles in Ordnung, wie man sehen kann. Hier wird kein Schiff angegriffen. Nein, es ist alles in Ordnung hier. Alles supi. Young Cub, du musst mich direkt sehen. Ein weiteres Schiffssignal ist gekommen. Von anderen Umständen würde ich ja eher sagen, nee, da komm ich... Alter, da ist ja schon wieder der Typ. Was schleicht der mir hinterher? Unter normalen Umständen würde ich ja eher sagen, nee, du kannst mich mal. Warum sollte ich irgendjemandem hinterhergehen, den ich nicht kenne und der mir irgendwo aus der Dunkelheit plötzlich anquasselt? Wird nur noch, dass er Süßigkeiten verschenkt. Wo bist du? Hallo? Mach da. Hat er Glück mit den Schiffenskontrollen? Nein, aber wir haben ein neues Distresssignal entzündet, diesmal von Prima Doom. Was ist denn da? Na, wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? Wie sollen wir die Schilder aktivieren? Das Notsignal kam von Alpha Diaboli? Kommen wir dorthin? Wie lange lebst du eigentlich schon hier? Nehmen wir mal die Frage, die am wichtigsten ist. Also, wie lange lebst du hier leben? Ich bin ein recenter Stowaway. Ich kam, weil ich sensierte, dass du bereit bist. Bist du wirklich ein Wolf? Nein, ich wehre dieses Geschenkontrollen, um mit deinen ... anderen ... ... verbringten Tiere ... ... freundlich. Also, das ist ein Wolfs-Suit? Was hast du ... ... hinterher? Ich bin, was ich mache. Ein Erlöser von Kreaturen in Need. Just wie du. Der Distress-Koll war von Prima Doom? Wie kommen wir da hin? Gleiches wie immer. Geh das Star-Chart zum Space-Weaver ... ... und hoffe für das Beste. Wie werden wir Kontrolle des Schiffes-Cargobo-Arms bekommen? Wir müssen eine manuelle Überfahrung versuchen. Die manuelle Boomarm-Kontrollen sind hier befestigt. Du kannst sie durch den Schiffes-Airlock ... ... hier. Ich habe die Airlock-Tür hackt, damit du sie jetzt öffnest, ohne die Übermutter zu erkennen. Wie werden wir die Schiffen-Kolle abnehmen? Ich habe einen Plan. Die Schiffen brauchen so viel Kraft, dass sie eine dedikete Begriffe haben. Dieses Fusion-Orb. Gehe diesen Omicron-Inhibitor und lege ihn auf den Fusionorb und wenn die Zeit richtig ist, wir werden ihn auf und den Fusionorb ausziehen. Along mit den Schiffen-Schilden. Entschuldigt? Ich hätte besser zur Mission gehen können. Ja, unsere Wunschung der Möglichkeit wird immer noch lange dauern. Nee, Quatsch, äh... Äh, häh? Achso, ja, stimmt. Hä? Nee, warte mal. War hier nicht der komische Weber? Nee. Ach nee, in dem Schacht, genau. Was ist denn das? Die hilflossten Kreaturen, die wir geschehen haben, sind dort in der Quarantinung. Ich wünsche, ich hätte sie raus lassen können. Aber es ist für ihre eigene Sicherheit, ich glaube. Ja, sieht ein bisschen aus wie von so einem Tamagotchi oder so. Entschuldigung des Wolfshauses... Das muss sein, wo Merik schläft. Hey, der Helmet kommt aus. Ah, mein erstes Hazzard-Suit. Er hat die Omicron-Radiation gezogen und hat die Diaper-Leaks gezogen. Ich habe einen Hexipal aus einer Papierplatte gemacht. Wahrscheinlich dachte ich, sie wären dann schon lebendig. Ich will nie noch einen anderen Train sehen, so lange wie ich lebe. Ja, ich glaube hier ist sonst nix, oder? Nee, ich glaube nicht. Tja, mach dich auf! Teleporter, aktiviert. Kann ich dich auf der Nexus teleportieren? Was ist wie ein Ding? Egal, mal gucken. Wir haben keine Zeit. Hey, meine... meine Kopf... Was ist falsch? Oh... meine Kopf ist... kleiner. Oh, ja, du hast nur einen Teleporter benutzt. Warum hat meine Kopf geschehen? Quantum-Physics. Duhh! Ich bin nicht so lange, wenn du den Weg zurückkommst. Ich bin ein kleiner Baby. Teleporter, aktiviert. Diese Weg zur Fusion-Oval-Kontenung-Fazilie. Na, da muss ich doch hin, oder nicht? Nicht verantwortlich für loste Items, Motionsschuldung oder Mutationen. Okay, jetzt ist mein Kopf einfach schrecklich. Oh Gott, du hast durch zwei Teleporter mit unserem Rückkehr, nicht wahr? Du spielst mit Feuer, Kind! Ja, äh, Men in Black. Kaution! Entfernt ein Bereich mit starken Omicron-Radiation-Leveln. Alle Radiation-Schilding, notwendig, um zu erinnern. Lass es auf mich. Hm? Danke. Auf Wiedersehen. Kein Helm? Weil Kopf zu klein? Hey, wo ist mein Helm? Das ist einfach großartig. Mein Kopf ist fast klein genug, um in diesem Helm zu reisen. Tja, und wieder raus. Teleporter, aktiviert. Kann ich dich auf die Nexus teleportieren? Jaaaa! Die KI gefällt mir. Ich sehe dich. Teleporter, aktiviert. Auf die Starboard-Passage-Wahre, Sir. Jaaaa! Ich schaue dich auf die loste Items, Ose, Krankheit oder Mutations. Tschüss! Ich sehe hier irgendwas Besonderes, ich mein... Kein Wissen, was sind das hier? Warnung! Objekte, die in diesem Trash-Schild gelegt werden, werden aus dem Schiff getestet. Und die nächste Mal, wenn es zu einem von deinen Toys passiert, Shay... ... wird dein Vater nicht für dich erheben. Hm. Schaue nach etwas einmal, wenn du zwei Jahre alt bist, und sie schlafen es für immer. Ich möchte meinen Kopf weiter verkleinern. Ahnung, Luftschleuse. Okay. Kann ich ein bisschen frische Luft hier reinlassen? Äh. Äh, was? Ja, das ist immer ein toller Fahrstuhl. Okay, jetzt weiß man, wie er dahin gekommen ist. Und kann das sein, dass der Kopf wieder normal groß ist? Ja, das kann sein. Ist da irgendwas Besonderes? Da liegt doch was. Da liegt was. Kann das sein? Öffn! Ja, nicht aufmachen, aber... Es... Da unten liegt doch was, oder nicht? Öh. Okay, ich muss da wahrscheinlich irgendwie was reinpacken wohl irgendwann. Ich weiß nur noch nicht was. Äh, ach... Ich bin doch nicht der Löffel! Ah, gut. Gut, dass mein Doppelkick da ein bisschen überspringen kann. Warnung! Airlock ahead! Safety Suit and Air Tether required for extra vehicular exploration. But don't worry, I'll put it on you, Sweetie Pie. Ugh... Was? Du bist von dieser Räsel für Leben, junge Mann! Leicht! Deine Passagier sind noch immer in der Griefkanzlung. Bitte verlassen, bevor sie sich sehen. Wieso? Ich habe einen kleinen Korb, die können mich nicht sehen. Ich schätze mal, dann ist das hier wohl so ein kleines Rätselchen, oder? Na? Ach so, das gehört zu dem. Kann ich den Tränen wieder fahren? Dann... ... für... ...Leicht! Ja, ja, die... ...ich tu dich auch gleich lebenslang irgendwo verbieten lassen, ach, verdammt! Ach, verdammt! Da! Nee... Gary will das nicht nehmen. Warum nicht? Der soll's machen! Der ist echt unnützlich! Was ist da hinten? Beziehungsweise genauer gesagt, was ist hier? Alter, diese... ...die Dinger sind nur am Lachen, kann das sein? Ach so... Wie haben wir es immer nur rum? Äh, was hat der denn da im Kopf? Irgendwas steckt doch da drinnen. Hey, Missions sind gegründet. Du kannst das Axt verlassen. Es ist nicht ein Axt! Ich glaube, ich habe ein Muskel in dem letzten Atem, den du mir gabst. Mein Bein tut mich! Ich glaube, er hat das, was dich da... ...so... ...plagt, ist er dieser... ...äh, ich weiß nicht... ...Splitter? Hey, vielleicht kann ich dich wieder fixieren. Oh, wirklich? Ja, ich glaube, ich sehe, was falsch ist. Halt noch. Oh, ja! Das ist großartig! Wie kann eigentlich dieses Stoffding überhaupt irgendwelche Schmerzen? Well... ... ich muss gehen. Ja... Ja... ... aber hoffentlich nicht bald. Wirklich nicht sehr bald. Fake-Kontrollen... ... war eine Überraschung. Hm... Ich frage mich, ob ich damit knähen könnte. Eigentlich ist es ein Krochet-Huch, also könnte man wahrscheinlich mit dem Krochet knähen. Wow... Du kennst viel über Knappchen. Wolf-Kostüme machen sich nicht selbst. ... mit der Stechen... ... irgendwie... ... ja... ... kratzt hier in die Augen aus! Was? Mehr Fake-Kontrollen... ... so, ja... ... ne, hier ist ganz jetzt nichts... ... sonst itemmäßig gar nichts, ne? Ne, ne, ich glaube nicht. Dann mal wieder raus... ... und gucken, was hier noch so ist. Ja, ich wäre jetzt... ... ich muss dazu diesen... ... halt die Klappe, Mutti... ... da geht's zu diesem... ... Eiscreme... ... Gedöns... ... ich wäre jetzt... ... ich muss zu diesem Weber-Typ gehen, damit der halt... ... äh... ... weiterfliegen tut und so und äh... ... ja... ... was ist denn der hier? Zahnersprühgeräte oder... ... was weiß ich was... ... äh, was war das? Ach so, ein Hologramm... ... na, die sind ja gechillt... ... hey Leute... ... ich glaube, ihr wollt den Avalanche-Mission-Protokoll... ... na... ... hey... ... wir sollten uns auf dem Weg sein... ... na... ... nein... ... ich wollte nur sehen, was ihr da seid... ... nicht so viel... ... du weißt... ... die Todesbücher... ... ha ha ha... ... er hat sich erwartet, dass du dich zu erzählen... ... für eine lange Zeit... ... ja... ... und äh... ... am besten sollte er noch länger warten... ... was... ... ist hier irgendwas... ... ist... ... nein... ... hier ist gar nichts... ... was... ... da geht's bestimmt entweder in mein Zimmer... ... oder... ... zum Kontrollraum... ... äh... ... ne... ... hier ist... ... oder? ... doch Brücke... ... quasi... ... nicht sicher... ... dass es sicher genug ist... ... dass du deinem Zimmer... ... verlassen... ... sie sind... ... in meiner Zimmer... ... ich schade... ... von... ... zu diesem Land... ... ich weiß... ... ich weiß... ... dass es schwer ist... ... du hast so viel gewonnen... ... hör... ... ich will... ... dir eine Geschichte... ... eine Geschichte... ... von einer... ... von der Du Frau... ... eine junge Frau... ... sie wollte... ... eine normale Lebenszeit... ... aber sie war... ... sie war... ... sie war... ... mit einem speziellen... Einige Leute nennen es ein Sacrifice, aber was sie bei der Zeit nicht wusste, war, dass es eine große Ehreinheit war. Bitte. Ich habe die Geschichte der Sacrifice-Gerl ein Millionen Mal gehört. Ich weiß das Ende. Die Sacrifice-Gerl ist du, richtig? Was ich versuche dir zu erzählen, ist, dass ich eine schwierige Wahl gemacht habe, aber ich habe nichts gegründet, weil... Great Geschichte, Computer. Ich bin sorry, dass sie dich mit jemanden schulden Erinnerungen haben, aber ich muss gehen. Also, du kennst die Wahrheit tief unten, Son. Und ich weiß, dass du irgendwann meine Worte wirst. Aha, Bruder... Ähm... Geh ich mal da rein... Äh, da rein. Da rein... Hey... Was? Ach, hier, hey, der Weber, äh... Komm, hier. Kannst da haben. Wir müssen hier direkt gehen. Prima Doom! Negativ. Das System ist verabschiedet, wegen der mögliche Aktivität des Haustes. Aber es ist eine Erdbeziehung. Manchmal ist die Sicherheit der wichtigsten Erdbeziehung des Haustes. Kann ich sagen, irgendwo safer? Wie ein Publikum-Planetoi? Cozy-Cluster? Oder vielleicht... irgendwo in dem Schmerz-System? gewisserschöne. Krieg mir nicht gefährlich in das Infernallische System! Das ist alles so langweilig und strick-Gefällig ist eigentlich mal aus deinem Bart irgendetwas Nützliches! Keinerweise! Ich muss jetzt jetzt zum Prima Doom gehen! Leben ver handlar auf davon! Ich bin es entschuldigt, Staffelber, dass mein Programm jetzt immer klar ist. Vergiss es. Wenn wir nicht in Prima Dume gehen, will ich nicht woanders gehen. Bitte nicht, Junge, Herr. Wenn ich deinem Lied verringert bin, bin ich sicherlich weg. Ich kann nicht glauben, dass sie etwas so gefährliches verlassen würde. Was ist das? Nichts. Du sprichst nicht, oder? Nicht, wenn ich etwas zu sagen habe. Bitte ignoriere ihn, Herr. Eine schlechte Attitude. Sie würde mir nicht meine eigene Küche machen lassen. Es ist zu gefährlich. Lecker. Nee. Hallo? Kann ich da was... Irgendwie... Da ist irgendwas... Nichts zum Anklicken? Ich habe Zeit in dieser Küche, wenn ich aus dem Raum sein könnte. Hey, warum wird das nicht öffnen? Oh, Junge, du kannst hier nicht kommen. Ich arbeite für dich auf eine Überraschung. Was ist das? Schöner Versuch. Hm. Hm. Noch so ne Puppe, die aussieht wie ich? Ah, okay, dass ich jetzt mein Zimmer war. Und was ist dann in dem einen Raum, der so grün leuchtete? Ich denke, das ist alles, was meine Hände anzunehmen kann. Du musst einen Rückweg machen. Ich denke, das ist alles, was meine Hände anzunehmen. Du wirst mich direkt wegwerfen, Shay. In einem Moment. Kassion! Entfernt ein Bereich von starken Omicron-Radiation-Leveln. Alle Radiation-Schilding, notwendig, um zu erinnern. Ich denke, diese Maschine wird mir einfach nie einen Helmet geben. Was für eine Rippe. Na gut, dass ich halt vorgesorgt habe, ne? Hey! Meine Hände ist die perfekte Größe für dieses Helmet. Ein bisschen schlau. Aber ich denke, es wird funktionieren. Ich bin nicht sicher, wie lange ich das schlauertes Milch riechen kann. Na, wo ist der Kopfhörer? Da. Hier, kriegst'n Kopfhörer. Easy does it. Da. Fusional. Inhibitor. Nicht ganz. Wir werden nicht den Omicron-Inhibitor aktivieren, bis wir die Schilder hervorheben. Und wann werden wir bereit sein? Nur sobald du die Böhm-Arme bekommst und das Schiff nach Prima Doom. Check. Ah, nein. Egal. Das sieht irgendwie, also die Klamotte sieht irgendwie so, weiß ich nicht, 70er-Jahre-mäßig aus. Ja, außer der Helm. Naja, wobei. Der Helm könnte vielleicht auch aus den 70ern stammen. Schätz' ich mal. Theoretisch. Wird der mir jetzt den Helm wegnehmen? Naja, warum auch? Ähm, kann ich den? Äh... Ich will den Helm nicht mehr aufhaben. Ich, äh... Hallo? Helm? Weg! Äh, hallo? Helm? Hey! Mein Kopf ist jetzt die perfekte Größe für dieses Helm. Ja, aber, äh... Abnehmen? Helm? Abnehmen? Helm? Äh... Dann halt zurück. Teleporter. Aktivieren. Kann ich dich zum nächsten Helm abziehen? Jaaa... Kannst du mir dabei auch den Helm abziehen? Ja, mach mal den Helm ab. Äh, 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 äh... Oups! Oh! Geh Normalisierung verabschiedet. Du bist willkommen. Ich liebe Quantum-Physik. Oh, Michael. Es ist so, dass das gesamte Helm abziehen war nur schmerzlos. Einmal wieder in die Helm abziehen würde, ha, 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 ha. So wieder. Du bist willkommen. Wie kann das sein? Das Video sollte eigentlich... Äh, äh, 15 Minuten... Äh, ich bin schon wahrscheinlich längst drüber, wenn ich mich nicht irre. Ich bin wahrscheinlich irgendwo bei... Äh... Über 25? Das wollte ich eigentlich nicht so haben. Äh, verdammt. Egal. Dann, äh... Ende. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.